Richtig Stress habe ich im Körper noch. Ja? Ja, ich bin angestresst, bin ich einfach. Du hast auch eine Stressstirn. Ja genau, ich habe eine Stressstirn und ich bin jetzt gar nicht so großartig aus der Atem, weil ich irgendwie so körperlich so viel gemacht habe, sondern weil ich wirklich das Gefühl habe, es ist alles ein einziges Durcheinander in meinem Gehirn und in meinem ganzen Körper und mir ist das zu viel jetzt einfach gerade. Mir ist das einfach mal zu viel. Ja, sowas kommt vor. Ja, mir reicht das jetzt mal langsam. Jetzt reicht es. Das Jahr kann jetzt einfach mal aufhören, ne? Ja, aber also mit dem Jahr, so weit möchte ich jetzt gar nicht gehen. Ich möchte jetzt erstmal nur heute. Ja, aber ich finde, man kann auch mal gestresst sein, weil das kann man ja eigentlich schon sagen, die Folge hier erscheint ja am Freitag. Ja. Dass heute, wir warten jetzt ein bisschen auf den Buka, ne? Was machen wir? Wir warten auf den Buka, auf den Bundeskanzler. Ja. Jetzt kommst du aber da mit der Tür ins Haus. Ja, das ist ja so, ne? Ja, das ist heute noch alles im Verlauf des Tages. Ja. Genau, das ist so. Also was jetzt, was man nur sagen kann, ist, dass heute ein einziges Durcheinander ist und dass wir nochmal alles umgeworfen haben für diese Woche. Also um das mal kurz zu sagen, es gibt die 15 Minuten, oder gab die ja jetzt, die Folge ist ja nun ein bisschen später ausgestrahlt und so. Genau, weil heute ist Mittwoch, heute ist Mittwochmorgen. Genau, jetzt ist Mittwochmorgen und wir haben uns aber, ich glaube am Montag dazu entschieden, dass wir, wir wissen ja schon praktisch, wann welche Folge ausgestrahlt wird und wann wir gewonnen haben werden. Das heißt, wir können uns auch ein bisschen perspektivisch Gedanken darüber machen, wie wir unsere gewonnene Sendezeit einsetzen und wir hatten eigentlich eine Idee, die hätte Spaß gemacht, die wäre, glaube ich, sehr lustig geworden. Abteilung Quatsch, ne? Ja, aber auch ein bisschen, ja, mit Pfiff, aber auch ein bisschen Abteilung Ärger und auch Abteilung Schreierei und vielleicht auch vielleicht den einen oder anderen Zuschauer auch so ein bisschen Verwirrung. Und dann haben wir uns bei all der Freude, die wir daran empfinden, so ein bisschen in die Augen geschaut und gesagt, muss das denn jetzt sein? Ist das denn jetzt wirklich gerade so eine Zeit, wo man auch so Lust hat, sich noch verwirren zu lassen oder ist das vielleicht auch unpassend? Und sollte man nicht jetzt doch, auch wenn es einem vielleicht schon ein bisschen redundant oder langweilig erscheint, doch nochmal die Zeit einsetzen für etwas, das man momentan einfach vernünftiger findet? Und da, wo jetzt alle gerade daran mitarbeiten, dass bestimmte Gefühle oder Informationen bei Menschen ankommen und so, sollte man nicht irgendwie seine zu verteilende Aufmerksamkeit in diesem Sinne investieren. Und dann, ja, haben wir uns schweren Herzens irgendwie davon verabschiedet, das zu machen, was wir eigentlich geplant haben, was dafür sorgt, dass ich ultra hart gestresst bin jetzt und alle anderen auch, weil, naja, dann war auf einmal das große Gar nichts stand dann da und dann musste man sich was überlegen. Du hast ja richtig gesagt, also ich glaube, wir hätten alle riesen Spaß gehabt an der Idee, die hätte kommen sollen und trotzdem war so das Gefühl am Montagmittag, es passt gerade nicht. Es ist irgendwie, hat man so ein schlechtes Gefühl dabei gehabt, sich auf sowas zu reduzieren, in einer Zeit, wo man wirklich im wahrsten Sinne auch irgendwie die Plattform, die man da geboten kriegt, die ihr da gewonnen habt, auch anderweitig nutzen kann. Und ich glaube, wir waren uns da in der Firma und auch hier unter uns komplett einig, dass es im Moment halt ein Thema gibt, das irgendwie uns für die nächsten Wochen nochmal hart beschäftigen wird. Und ja, ich bin eigentlich froh, dass wir uns da entschieden haben, auch wenn das wirklich sehr, sehr hart war, am Montagmittag zu sagen, komm, am Mittwoch, wir fangen nochmal mit einem leeren Blatt Papier an und wir müssen nochmal uns komplett neue 15 Minuten ausdenken. Und dass das jetzt irgendwie hingehauen hat, toi, toi, toi. Weil wir, jetzt ist ja noch Prinzip Hoffnung, weil es ist ja noch nicht im sogenannten Kasten. Aber wenn diese Folge erscheint, dann ist ja irgendwas geflackert und da hoffen wir, dass es das ist, was wir jetzt praktisch in der Vorbereitung im Kopf haben. So muss man es ja sagen. Das kann man hoffen. Kann ja auch sein, dass der Bundeskanzler dann doch gar nicht kommt. Also die Zuhörer hin, die wissen das jetzt. Es ist ehrlicherweise noch nicht mal klar, dass er Bundeskanzler wird. Achso, naja. Das ist, also jetzt, also nein, wir wollen hier demokratisch bleiben. Es ist also... 6. Dezember, mit dem Nikolaus kommt der Scholz. Ja, aber es ist noch nicht offiziell gewählt sogar. Jetzt wird es ja wahrscheinlich, wird es so Zeit geben, bis er praktisch zu der eigentlichen Aufgabe, die für ihn vorgesehen ist, hier in dem Konzept der 15 Minuten kommt. Da wird man ihn ja so begrüßen müssen und so. Und vielleicht ist auch noch eine kurze Stille. Habt ihr persönliche Smalltalk-Angebote an den Bundeskanzler vorbereitet? Hallo, lieber Fassbundeskanzler. Kommt das gut, oder? Nee, das ist komisch. Ich hab mich heute Morgen, ohne Scheiß, bin, ich war duschen, hab mir dann so die Zähne geputzt und hab mir gedacht, wenn man den jetzt gleich trifft, gratuliert man dem zur Wahl. Stimmt, gratuliert man zu sowas überhaupt? Und wie spricht man den an? Sagt man noch, Herr Vize-Bundeskanzler, weil das ist er ja praktisch in der geschäftsführenden Regierung, aber designierter Bundeskanzler ist ja keine offizielle Bezeichnung. Geschäftsführender Vize-Bundeskanzler wäre er technisch. Genau. Heute am Tag, ja. Ja, aber das klingt auch nach Betrüger. Geschäftsführender Vize-Buker. Ja. Ja. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich sag einfach unter... Genau, du bist ja auch SPD-nah. Darfst du dann Olaf sagen? Also was heißt SPD-nah? Mir gefällt, was die machen. Ich bin kein SPD-Mitglied. Nee, das bist du nicht. Genau, das denken ja manchmal Leute, wenn ich jetzt auch nicht so schlimm bin, habe ich jetzt auch kein Problem. Du findest die nur besser als andere Parteien. Ja. Zum Beispiel als die CSU findest du eher die SPD besser. Genau. Jakob macht dein Kölner Karneval und sagt, wegen dem Sozialen und so, ne? Das ist ja wichtig. Die gucken, ob wir einfache Leute zu tun haben. Nein, aber ich glaube einfach, das liegt aber auch vornehmlich an bestimmten Leuten, die da jetzt nicht nur in erster Reihe was tun, weil man vergisst oder man kann vielleicht gar nicht so den Einblick, wie sowas funktioniert, wenn man jetzt nicht jeden kennt, aber wenn man so ein paar mehr Leute kennt und auch weiß, wer da praktisch so im Maschinenraum der Entscheidung irgendwie was macht. Und das sind eben Leute, denen ich auch einiges zutraue, die ich gerne mag. Und ich weiß, warum die das alles machen. Jetzt kenne ich jeden Einzelnen und kann da so, aber ich kenne genug Leute, um zu sagen, dass es viele Überzeugungstäter dort gibt, die das wirklich machen, um was besser zu machen. Fändet ihr es peinlich als Smalltalk-Angebot an den kommenden Bundeskanzler, wenn ich sage, Mensch, Herr Scholz, denn es regnet ja draußen, Sie haben ja ein Wetter mitgebracht. Naja. Ist nicht gut? Weiß ich nicht. Soll ich sagen, Herr Scholz, haben Sie etwa gestern nicht aufgegessen? Wir haben ja hier ein Wetter. Ja, oder Herr Scholz, am Kudamm kann man mittlerweile sehr günstig Haare transplantieren lassen. Ist das so? Naja, es ist doch so. Muss man nicht mehr in die Türkei? Nee, was ich sagen wollte, es ist, genau, es ist ja mittlerweile so eine Art Dammbruch, Enttabuisierung, dass sich Männer also Haare überall einpflanzen können. Das machen ja Leute. Das war ja früher, und das wird auch übrigens, dadurch, dass es so viele Leute machen, wird es auch außerhalb tatsächlicher schönheitschirurgischer Eingriffe wahrgenommen, sondern es ist wie eine Notwendigkeit. Als wenn dir ein Zahn rausfällt, wo man sagt, ja, den brauchen wir ja noch zum Essen. Du meinst, es erlebt eine gesellschaftliche Umdeutung. Ja, weil so viele Leute das machen, und dann ist man praktisch gezwungen, auch in seinem privaten Umfeld, das irgendwie zu, ja, ist das richtige Wort, bagatellisieren und so, dass man also das nicht mehr so als was Schlimmes sieht. Das ist jetzt natürlich ein harter Themenschnitt, aber... Nee, aber deswegen kann man das vielleicht so einem Scholz... Also da wäre es ein zulässiges Smalltalk-Thema. Ja, ich sage halt, einfach wenn du jetzt kreative, originelle Smalltalk-Themen suchst, wäre das jetzt neu auf dem Tablett, dass man mittlerweile völlig befreit gesellschaftlich auch über Haartransplantation reden kann. Man kann ja fröhlich einstarten, dass man sagt, na Herr Scholz, ja, wissen Sie selber, schönes Gesicht braucht Platz, aber haben Sie mal drüber nachgedacht, immer so eine Linie neu zu ziehen. Mach das erst, nachdem er für uns aufgezeichnet da, also vor der Kamera war. Nee, ich wollte eigentlich gerade eher das, wenn Klaas so von diesem Smalltalk-Angebot selbst persönlich überzeugt ist, dann würde ich einfach nur gerne zuschauen, wie du dieses Angebot aussprichst und das gerne filmen. Ja. Wenn es recht ist. Klaas, du meintest ja gerade Überzeugungstäter, ne? Und ohne jetzt irgendwie, also man kann ja für die Regierung sein, die jetzt kommt oder dagegen, man hat sie gewählt oder nicht, aber ich fand es irgendwie beachtlich, dass wir wirklich am Montagnachmittag bei Herrn Scholz angefragt haben, ob er am Mittwoch bereit steht, das mit uns zu machen. Und er zugesagt hat, weil er uns recht glaubwürdig sagen konnte, dass ihm das echt ein Anliegen ist, das zu machen und da vor die Kamera zu treten. Und gerade die jüngeren Leute, die ihr ja, also Joko und Klaas oder auch wir adressieren, dass er die ansprechen kann bei uns. Also ich glaube ja auch in der Rückschau und das wird jetzt ja häufiger noch geschehen, dass man so auf die Kanzlerschaft und auf die Merkel-Jahre, die Merkel-Ära nochmal zurückblickt. Und ich finde, da kann man ganz viele verschiedene Phasen sich anschauen, auch viele verschiedene Erinnerungen damit verbinden und ich glaube, es gab immer, also wenn ich jetzt persönlich zurückschaue, gab es immer Momente, in denen sie mir politisch näher war und dann gab es, wenn man ein bisschen weiter zurückschaut, war die CDU auch noch eine andere und auch das, was sie so nach außen dann so erzählen musste über die CDU, war auch noch was anderes, wie man sich dort noch so positioniert hat und so. So, das ist die eine Sache. Das kann man also besser oder schlechter finden und das ist, glaube ich, total vielseitig. Aber was man sagen kann, ist, dass, glaube ich, meine Generation, noch mehr natürlich die noch jüngeren, die jetzt Erstwähler sind oder jetzt vor vier Jahren das erste Mal gewählt haben oder so, die haben das eigentlich bewusst nie erlebt, dass eine, in dem Fall Bundeskanzlerin, sich wirklich auch ins Risiko begeben hat, um in ungewohnten Terrain, zum Beispiel, und das ist ja das, was wir hier gerade machen, sich die Zeit nimmt, junge Leute, junge Wähler, aber auch jetzt nicht nur Wähler, sondern auch einfach Bürgerinnen und Bürger direkt zu adressieren und auch irgendwie das Gefühl zu vermitteln, es ist mir wichtig, dieses oder jenes ganz speziell euch zu erzählen und im Umkehrschluss, und das finde ich dann eben auch wichtig, auch offen zu sein für die Ansprache und zuzuhören. Ob das dann so sein wird, das wird dann die Zeit zeigen, keine Ahnung, vielleicht geht so weiter, aber ich finde, das ist jetzt schon mal, zumindest mal ein Zeichen zu sagen, hier ist man potenziell vielleicht auch auf etwas dünnerem Eis unterwegs, also man kann sich auf der Bundespressekonferenz ein bisschen besser zurückziehen auf seine vorbereiteten Statements und dann sagen, bitte keine Fragen mehr und hier, bitteschön, das ist die Presseaussendung und weiter geht's. Und so den Kopf einziehen, wenn der Hammer kreist, das hat Angela Merkel perfektioniert, aber einfach mal zu sagen, wir mal gucken, was passiert, bei mir ist das jetzt gerade wichtig, so war es zumindest in diesem Fall, das finde ich erstmal löblich und ist auch so ein bisschen eine Reaktion auf die Wahl, die ja noch gar nicht lange her ist, weil ich glaube, da haben viele junge Leute mit der Art, wie sie gewählt haben, gezeigt, wir möchten da mitmachen. Insofern finde ich das gut, weil Bundeskanzler sollte ja auch etwas sein, was man gerne wird, das sollte so eine Art Ziel im Leben gewesen sein, da sollte man nicht so hineinstolpern. Frag mal den Schulz. Ja, naja, man soll halt Ziele haben und die dann erreichen, wenn es zumindest sowas ist, was für uns alle wichtig ist. Es ist ja nicht so ein Ausweichberuf wie unsere. Wir haben ja eher so Ausweichberufe. Wir haben so Berufe, die auch okay sind, wenn andere Sachen nicht geklappt haben. Dann wird man das, was wir sind. Das ist aber auch in Ordnung, das ist nicht so schlimm für die Leute. Die leiden ja nicht darunter, dass wir so aus Versehen das geworden sind. Aber naja, man guckt halt da in seinen... Naja, mit dem Leid, die einen sagen so, die anderen so. Aber man kann ja immer noch wegschalten. Man kann immer noch wegschalten und man ist jetzt nicht darauf angewiesen und wir haben alle irgendwann mal unsere Dokumente geguckt, haben festgestellt, oh, also ich zumindest, Realschule. Ja, und was machen wir nun? Ja. Ja, und irgendwann war mir klar, ich mache jetzt erstmal ein paar Jahre Viva, um mal zu gucken, was ich eigentlich will. Ja. Naja, und dann habe ich ein paar Jahre da also gut betreut, diese Dinge gemacht und... Du hast eben schon Angela Merkel angesprochen, die hat ja diese Woche Zapfenstreich. Ich glaube sogar heute oder morgen, ganz genau weiß ich nicht. Donnerstag. Donnerstag, also morgen. Und da habe ich euch diese Woche schon mit vollgelaufen, wir haben uns darüber schon ein bisschen unterhalten, aber die ZuhörerInnen hatten ja nichts davon, dass ich wahnsinnig berührt bin von ihrer Songauswahl. Es ist ja so, der Zapfenstreich ist immer das Ende einer Kanzlerschaft und da wird man auch, glaube ich, mit militärischen Ehren gemäß eines Protokolls verabschiedet und man darf sich immer drei Lieder aussuchen. Ich glaube, Gerhard Schröder hatte damals My Way. Das ist wahrscheinlich so ein toxischer Männerklassiker, auch auf jedem, sagen wir mal, endenden Arbeitsvertrag. Und Angela Merkel hat sich für drei... Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner, wollte sie. Wollte sie, unbedingt, genau. Das konnten die aber nicht. Genau, das konnten die nicht spielen. Das konnten die Bundeswehr nicht. Auf der Pauke, genau. Nein, sie hat sich für drei Lieder entschieden. Einmal von Niederhagen, du hast den Farbfilm vergessen, dann von Hildegard Knef, für mich soll es rote Rosen regnen und dann für ein Kirchenlied. Irgendwie so, ich glaube, großer Gott erbarme dich oder so ähnlich. Und das Kirchenlied, sei mal so dahingestellt, ist vielleicht auch so eine Verbeugung an die CDU, an die christlichen Anteile der CDU. Aber gerade dieses Lied von Nina Hagen finde ich so bezeichnend, weil es nochmal so einen ganz anderen Blick auf Angela Merkel zulässt. Es handelt sich um ein Lied aus 1974. Es war der erste große Hit zu DDR-Zeiten von Nina Hagen. Und der Text dreht sich darum, dass sie ihren, heute würde man sagen, Boyfriend richtig rund macht, weil die beide zusammen auf Hiddensee Urlaub machen. Und Hiddensee ist eine wunderschöne Insel mit ganz hoch blühendem Sanddorn, wunderschöne Farben. Und das Arschloch hat den Farbfilm vergessen. Das heißt, es wird keine schönen Erinnerungsbilder geben an diesen wunderbaren Urlaub. Und das macht Hagen in einer Art Chanson, in einem Schlager deutlich. Und sie lässt die ganze Wut raus an dem Mann. Und das 1974, sechs Jahre nach 68, eigentlich fast, könnte man aus heutiger Sicht sagen, ein feministischer Song, wo die Frau so richtig sich drei Minuten Zeit nimmt, einmal dem Mann zu sagen, du spinnst ja wohl, ich mach da mit dir Urlaub und du denkst dich mal an das eine, was zählt. Und das nimmt sie. Ein bisschen eine Verbeugung auch an ihre DDR-Vita, aber dann auch irgendwie eine ganz starke Frauenfigur. Finde ich ganz, ganz spannend. Dann mit Hildegard Knefe, der irgendwie auch so ein bisschen die Weiblichkeit betont, die sie ja auch versucht hat, eigentlich immer nie zu betonen. Das hat sie versucht, mit Kostümen nicht zu betonen. Wann immer es auch oft um ihr Aussehen ging, hat sie sich Gott sei Dank nie geäußert. Und das war ja gerade so die ersten Legislaturperioden. Der Merkel-Jahr war ja von viel Humor über ihr Aussehen, über die Frisur geprägt. Alles zutiefst sexistisch eigentlich, wenn man es genau betrachtet, weil es nicht um ihre politische Leistung ging, sondern eben um ihr Aussehen. Fragen, über die man sich bei Helmut Kohl vielleicht auch bis auf den Bauch wenig Gedanken gemacht hat. Und jetzt also so ein Song, wo es eigentlich ums Weibliche geht. Für mich soll es rote Rosen regnen. Und auch so ein bisschen der Appell, ja Mensch, ihr Arscher, ihr könnt mir auch eigentlich mal dankbar sein, was ich hier 16 Jahre geleistet habe. Es steckt auch so ein bisschen drin. Heute würde man vielleicht irgendwie dafür für so eine Aussage einen Hip-Hop-Track nehmen, so ein bisschen den dicken Otto machen. Und sie sagt, ja Mensch, ihr könnt mir auch mal gerne so eine Rose hinwerfen. Wäre gar nicht unangebracht. Ja, total. Also wenn man da jetzt schon in die, das ist ja fast, die Interpretation geht da fast so weit. Deutsche LK, 13. Klasse. Ja, nee, das ist aber interessant. Aber ich kenne das normalerweise nur von den Broschen der Queen. Was sagt die Brosche der Queen? Naja, es gibt immer die Brosche der Queen oder den Hut oder die Tasche. Und das steht oft auch, zumindest wenn man dann so Royal-Experten, sie erklärt es ja nicht irgendwie in einem YouTube-Video, aber wenn jetzt Royal-Experten sagen, oh, also an dem Tag und an dieser Festivität bei so Leuten, wo man genau weiß, die hasst die Queen sowieso. Ja. Dann zieht sie ihre hässlichste Brosche dann an? Nee, dann zieht sie eine Brosche an, die sie dann von jemandem geschenkt bekommen hat an einem anderen Tag. Und das wiederum ist dann ein Event, wenn jetzt Trump da ist und so und er wieder nicht weiß, wie man ordentlich die Hand gibt und dass man Leuten in die Augen schaut und wie man mit Messer und Gabel ist, da kann der alles nicht. So, das nervt die, aber der muss ja trotzdem kommen. Das heißt, ihre Etikette, ihr Protokoll ist dann wichtiger, weil das ist nun mal der amerikanische Präsident, was willst du machen? Dann kommt er da vorbei, rennt die da fast über den Haufen und so weiter. Die erinnern euch, ne? Und dann überlegt sie sich vorher schon in so einer humorvollen Garstigkeit, was sie jetzt für einen Hut aufsetzen könnte. Und dieser Hut symbolisch für eine Zeit oder einen historischen Kontext steht, der als Art Kommentar auf diesen Besuch gewertet werden kann. Und das ist schon sehr interessant. Ich glaube, nächstes Jahr für die erste Late Night Berlin-Folge suche ich mir auch mal eine Brosche aus. Und du musst dann raten, wofür die steht. Naja, das ist ja diese berühmte Formulierung, sich eine Brosche aufs Jackett husten. Das kann ich für dich übernehmen, wenn du willst. Geht ja oft nicht mehr wegen der Masken, dass man sich gegenseitig Broschen aufs Jackett hustet. Man kann sich nur noch selbst in die Maske reinhusten. Brosche ist aber sowieso ein Wort, was komischerweise was Ordinäres hat. Ist halt was Ordinäres. Ich mache mir mal eine leckere Brosche um. Also es klingt immer so ein bisschen nach uh. Ja, auch so tantig. Ja, das ist aber eine schicke Brosche. Warum sind Broschen überhaupt so out? Das weiß ich nicht. Bald in Neukölln wieder, oder? Gibt es wahrscheinlich jetzt schon, ja. Kultkunst, die schreibt mit hier, die Baywatch Berlin-Brosche. Boah, das ist mal Merch. So eine Art Ehrenbrosche, weißt du? Also so ähnlich ist wie jetzt bei, zum Beispiel bei der NFL gibt es doch immer diesen fetten Ring. Der erste Hörerin-Brosche. Sowas brauchen wir. Ja, ach jetzt hör auf mit deinen halbwissenschaftlichen Verwirrungen da. Es ist doch schon im Sand verlaufen. Nein, 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 es gibt immer noch Bewerbungen. Also man muss schon, die Bewerbungsphase ist verhältnismäßig lang. Die ist sehr lang, ja. Ja, aber es ist ja auch ein kompliziertes Unterfangen. Es ist ein Überzeugungsprozess. Weil solange wir nicht wissen, wie wir es wirklich rausfinden, müssen wir den Prozess weiterlaufen lassen. Das ist okay. Das könnt ihr mal selbst auskiegeln. Ich habe ganz viele, wollte ich nochmal eben sagen, ich habe doch letzte Woche gesagt, wegen deinem Pferd, ne? Flicks oder so Tricks. Flicks, jetzt hör mal auf, wirklich. Ich habe ganz viele Fotos bekommen, die werde ich heute nach der Folge mal posten und so. Oh, cool. Ich sage das jetzt nicht nur für dich. Warum eigentlich? Ich habe eh ein bisschen den Eindruck, dass es so gar nicht mein Pferd ist, sondern dass du alles mit dem Pferd auswertest, obwohl du mir eigentlich ein Geschenk gemacht hast. Wenn du mir damals eine Uhr geschenkt hättest, um mal ein Bild zu finden für das, was hier geschieht, dann würdest du die Uhr aber tragen, obwohl du die mir zum Halbmarathon geschenkt hast und dann würdest du auch die Fotos von der Uhr auf deinem Account dann posten. Dann würdest du immer sagen, guck mal, hier ist deine Uhr. Ist sie nicht, war herrlich. Und dann würdest du wieder gehen mit der Uhr. Ich möchte dich auch... Hast du nicht auch den Eindruck, Schmitty, bitte support me on this? Also ich habe nicht das Gefühl, dass das Pferd ihm gehört hat. Hast du in irgendeiner Weise den Eindruck, dass... Ich wollte jetzt ihm gerade, ihn gerade aus der Pflicht nehmen, dass er so Interesse heucheln muss für ein Lebewesen. Nee, es kommt mir vor wie eine Image-Kampagne von dir. Ja, finde ich auch. Also man hat wenig den Eindruck, dass es sich um mein Pferd geht. Wie oft hast du mich denn außerhalb dieses Podcasts nach dem Pferd eigentlich gefragt? Ich habe es irgendwann aufgegeben. Alter, jetzt aber auch ein Punkt, Jakob. Also wie oft hast du praktisch, ohne dass ich dich darauf angesprochen habe und überhaupt in deinem Leben über ihn nachgedacht? Ich will dir jetzt einfach mal ein paar Infos geben. Bevor du die Infos gibst, welche Pflichten kommen denn mit Geschenken von dir? Nur, dass ich das weiß für die Zukunft. Welche Pflichten ich da habe, wenn du mir was schenkst? Also außerhalb von, dass ich das Geschenk annehme und dann damit mache, was ich möchte? Also wenn ich jetzt deine Mutter wäre beispielsweise und du schreist hier rum, dass du unbedingt ein Pferd haben willst. Und ich sage dann irgendwann, weißt du was, ich besorge dir eins. Du machst da deinen Halbmarathon und dann kriegst du ein Pferd. So, da würde ich mir wenigstens wünschen, dass dein Interesse über den Moment an dem Tag, wo du den Satz sagst, ich hätte gern ein Pferd. Dass praktisch dein auch gedankliches Interesse wahrnehmbar ist, als einfach nur der materielle Besitz, weil das ist es ja. Also das heißt, für dich ist ein Geschenk so eine Art Eintrittskarte in meinem Leben? Nein, ein Lebewesen bringt Verantwortung mit. Wo du dann über mich herrschen kannst und darüber entscheiden kannst, ob ich gut mit dem Geschenk umgehe. Nein, nein, nein. Ob ich das in deinem... Ich bin so schön. Also ganz ehrlich, da merkt man schon wieder, er redet wirklich über eine Uhr. Nein, aber es geht bei euch beiden, geht es überhaupt nicht mehr um das Lebewesen Pferd. Darüber wollte ich gerade reden. Oh, eure Egos. Darüber wollte ich doch gerade reden. Rf stellt mir Fragen, die auf eine Uhr passen. Lagenweilig. Und da könnte ich sie ihm auch antworten. Ich hätte lieber eine Uhr, ich sage es oft. Ja, so, aber jetzt hast du eben Fix, der hat 40 Kilo zugenommen. Ja, vielleicht tut ihm das gar nicht gut, dass du da so viel Geld überweist. Das ist gut, da sind Party-Emotis dahinter. Ja klar, weil der abgemagelt und alt war. Ach so, sehr gut. Der kann nicht nur so gut laufen und so weiter. So, damit das aber auch so bleibt und er nicht wieder in so eine Abnehmecke kommt, hat der Tierarzt jetzt entschieden, dass seine Schneidezähne erst im Frühjahr gezogen werden. Super. Ich weiß nicht, wieso das überhaupt sein musste, aber offenbar war das ein Thema, was ich auch nicht mehr so, als ob ich den Anfang nicht mitgekriegt habe. Übrigens hier, ich habe übrigens zu Beginn der Patenschaft, also die Besitzerin, zu Beginn der Patenschaft habe ich auch Jakob angeschrieben und ihm Fotos geschickt. Das stimmt nicht. Um ihm zu sein. Das ist wirklich nicht wahr. Ich kann das beweisen lassen. Aber wo denn? Ja, das soll sie beweisen. Jetzt erst mal anhören, weil du hast ja erst mal gesagt, es ist eine Lüge, bevor du weißt, was ich sagen will. Nein, wenn sie sagt, sie hat mich angeschrieben, dann stimmt das nicht. So, lass mich das. Soll ich mich gerne nochmal anschreiben. Das ist für ihr harter Tobak, dass mir sowas unterstellt wird. Ich hätte mir gewünscht, mal ein paar Bilder von meinem Flix zu bekommen. Ich habe ein bisschen zu früh angefangen mit der Verteidigung. Ja, das geht ja ab. Hä, wenn jemand sagt, ich habe einen angeschrieben, dann hat er dich angeschrieben. Nee, auch diese aggressive Art. Ja, ich bin sauer. Es geht hier um dein Pferd, ne? Nee, du bist ertappt, das ist was anderes. Nix da. Sauer und ertappt sind zwei verschiedene Sachen. Ich kann mit meinem Flix machen, was ich will. Flix? Gehört mir. Gehört sich? Nee, der gehört mir gar nicht, der ist mir ein Pferd. Jetzt hör doch mal zu, jetzt wenigstens. Halt doch mal ganz kurz eben einmal deinen Maul und hör mir mal zu. Ich habe den ja nur geliehen, ja stimmt. Das war das Geschenk, dass ich da so, der nur praktisch geliehen habe. Du hast Jakob angeschrieben, ihm Fotos geschickt, um ihm zu seinem Seniorenpferd zu gratulieren, um den beiden eine Chance zu geben, eine Beziehung aufzubauen. Über, aber die Nachricht, die muss wohl leider in Jakobs Postfach untergegangen sein. Naja, an Bayer schicke ich dir zwei aktuelle Bilder, ein aktuelles Video. Auf dem einen Foto hat Fix überall rote Flecken im Fell, er hat am Salzleckstein geschlafen. Zeig jetzt die Bilder. Willst du sehen? Klar. Zeig ich dir. Hier ist das eine Bild, guck mal süß, ne? Oh, das ist ja reizend. Der ist wirklich süß. Und hier, wo der so verrückt spielt, hier, auf diesem Video hier. Hat er da seinen Enkel auf dem Schoß? Das ist, nee, das ist, das ist schon ein bisschen älter. So verrückt kann der gar nicht mehr. Ach süß. So, das wollte ich nochmal eben da zu dem Thema sagen. Ey, es gab sonst auch News außerhalb von diesem Raum, in dieser Woche, ne? Was denn? Und ich möchte eure Meinung erfragen, zu folgenden News, ja? Ja. Also hier ist ein harter Anwärter, News Nummer eins. Harter Anwärter für den größten Vollidioten, den das Jahr 2021 kurz vor Ende… Aber du hast doch gesagt, außerhalb dieses Raums. Ja, ja. Hör auf. Also da habe ich nicht schlecht gestaunt, ja? Das Ganze hat sich begeben im Rhein-Erft-Kreis, ja? Auf eine ungewöhnliche Art ist am Montagnachmittag im nordrhein-westfälischen Berghain ein Führerscheinbewerber zu seiner praktischen Fahrprüfung angereist. Da war ein Autofahrer ins B seinerzeit voraus. Im Rhein-Erft-Kreis ist ein 37-Jähriger mit dem PKW bei seiner eigenen Führerscheinprüfung aufgetaucht. Der Fahrlehrer und der Prüfer hätten gestaunt, als der Prüfling am Montag sein Auto direkt vor ihren Augen parkte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Mit dem Auto zur Führerscheinprüfung kommen, macht man sich verdächtig. Er hat es aber erklärt, ähnlich wie du heute. Ja, wie hat er sich rausgeredet? Ja, da war ein Riesenverkehr und er hätte es nicht pünktlich geschafft, wenn er die Öffis genommen hätte. Pünktlich geschafft hat es die Polizei, die ihn dann noch dort in Empfang genommen hat und die Prüfung, die fand dann nicht statt. Das fand ich schon beachtlich. Gibt es da irgendeine zweite Meinung, außer Riesenvollidiot? Aber ich würde wirklich gerne mit dem telefonieren. Ja? Kann man den irgendwie so auskramen? Ey, da können wir unser eigenes Menschenbilder Emotionen machen. Mit nur einem Gast. Und dann kommt der anstatt vom einbeinigen Hund und Günther Jauch, fragen wir den zwei Fragen, wünschen alles Gute. Da müssen wir nicht mal, weil das ja zum Hören ist, müssen wir nicht mal ein Unfallauto aufbauen oder so. Wir müssen nichts aufbauen. Achso, ja, aber das ist doch das Schönste daran, dass man die immer in die... Also praktisch, dass man gerade auch Leute, die ja bereits ein Trauma haben von ihr, die hat den Tod von der Schippe gesprungen und dann bauen die praktisch die traumatisierende Erfahrung nochmal als Bühnenbild um die herum auf. Dann wird nochmal in Köln im MMC-Studio so die Höhle aus Chile irgendwie, wo die so 100 Tage verbracht haben, dann haben sie aus Pappmaché gekostet. Exakt, genau. Also wenn jemand so fast gestorben ist, an der, keine Ahnung, irgendwo runtergefallen ist, dann wird nochmal der Abhang aufgebaut. Also lieber Führerscheinprüfling, bitte nimm mal Kontakt mit uns auf. Oder wenn ihn jemand kennt, wenn ihn jemand kennt, unsere ZuhörerInnen, dass man ihn bittet, dass er mit uns Kontakt aufnimmt. Wir wollen mit diesem hochspannenden Mann ins Gespräch kommen, so würde Markus Lanz es wahrscheinlich sagen, ne? Ja, und dann sagt er drei Sätze und dann würgen wir ihn ab, weil dann haben wir ihn praktisch ausgewrungen nach einem Satz. Exakt, das ist ja in Ordnung. So, und dann sagen wir, du musst unbedingt nochmal wiederkommen. Ja, genau, müssen wir nochmal kommen, hochspannend. Man sagt immer, weil man hat, genau, er hat tatsächlich eine Info, die wir aus ihm rauskriegen wollen, warum hast du das gemacht? Dann sagt er das, will dann noch sein halbes Leben erzählen und sagen wir, oh, du, jetzt läuft uns die Zeit davon, du musst unbedingt nochmal wiederkommen. Und dann Kontaktabbruch. Alte Markus Lanz-Tricks, die werden wir alle abarbeiten. Genau, hochspannend. Zweite Meldung. Ja. Und da schließt sich dann eine Frage an euch an, ja? Die zweite Meldung, die habt ihr auch mitgekriegt, das ist diese Oasis-Fan-Truppe, die in den Bergen in einem Pub eingeschneit war. 61 Leute. Ja, also 61 Oasis-Fans waren mitsamt einer Oasis-Cover-Band in einem Pub in den Bergen eingeschneit und müssen da, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile raus sind, aber die müssen da seit Tagen verharren mit viel Bier und Oasis. Also eigentlich eine ganz normale Weihnachtsfeier. Champagne-Supernova. Ja. Ich hörte, die Stimmung ist Bombe. Ja, das selbstverständlich. Sie fühlen sich wie eine Familie da und ab und zu muss halt die Cover-Band mal ran und Peter die Stimmung wieder hoch. Die haben auch gesagt, wieder Kontakt aufgenommen, weil natürlich macht man sich Sorgen, denkt alles okay bei euch. Die Angehörigen sorgen sich. Ja, genau. Und die haben dann nur gesagt, nee, sehr gut. Alles super gut. Dankeschön. Wir melden uns dann. Ja. Im Frühjahr, wenn der Schnee weggetaut ist, kommen wir wieder. Oder das Bier alle isst. Ja, genau. Eins von einem wird passieren, ja. So ist es. Ach, das ist herrlich. Dann könnte sich vielleicht, wirklich, richtig so volleimern da und dann könnten sich alle 61 Leute den Weg freipissen. Das würde gehen. Das würde wirklich gehen. Ich glaube, die können schon seit zwei Tagen eigentlich raus und haben aber noch ein bisschen verlängert. Die tun so, ne? Nachts schippen die immer wieder neuen Schnee an die Tür von außen. Alter muss raus und Chaos verbreiten. Mit wem wärt ihr denn da gerne so eingekerkert? Muss man fragen. Nur mit euch und nur mit uns. Ja gut. Joko? Nehmen wir mit Joko. Joko ist auch eine Stimmungskanone. Ja, ja, aber das ist auch ein bisschen das Problem dann. Nö, aber das will man doch. Wenn man nur Aces hört und Bier trinkt, dann möchte man auch gute Stimmung haben. Und Joko kann auch ein bisschen kochen und so. Da sind ja auch, da sind ja, also da wären dann ja auch keine anderen Leute, die praktisch über seine Fähigkeiten unter Alkohol noch nicht Bescheid wissen, vor dem man sich schämen könnte. Genau, da musst du dich nicht schämen. Ne, das ist nämlich gut. Wenn das praktisch in sich geschlossener Kosmos ist, wo ich jetzt vor keinem verheimlichen muss, was da in ihm schlummert, dann wäre das für mich auch kein Problem. Wem würdest du dann noch gerne haben, Schmidty? Also gilt die Antwort niemandem. Wie, also du wärst da allein mit der Coverband? Ein gutes Buch. Oder nur allein mit der Coverband. Du würdest dir die für dich spielen lassen und du würdest da auf einem Stuhl sitzen mit einer Knarre in der Hand und die dann zum hundertsten Mal Don't Look Back in Anger spielen lassen. Ja, auf dem Tisch würde ich stehen und die Hosen runterlassen. Das ist wirklich eine gute Situation. Man könnte sich so leicht die Zeit vertreiben. Man könnte dann zum Beispiel von jedem, der in der Coverband ist, das Instrument lernen. Man käme als besserer Mensch raus. Also auch als Besorfener und auch mit einem Leberschaden. Aber man könnte vielleicht drei Instrumente, man wüsste alle Texte auswendig. Ja. Das ist richtig gut. Stimmt. Ich glaube, ich würde mir aber noch so Leute wie Benni Harnig, so unseren Kollegen einpacken. Ja, also Partyanzüller, Katakark. Ja, der müsste sich nur dann mit der Oasis-Band da auseinandersetzen, weil der will dann ganz schnell irgendwas anderes auflegen und dann gibt es Schreierei. Dann gibt es Ärger nochmal. Katakark ist auch gut für eine halbe Stunde. Ja, bei Katakark braucht man mindestens zwei Leute, damit sie Stage-Dive kann. Genau. Das ist immer wichtig. Sie hat mir neulich gestanden, dass sie das nur macht mit dem Stage-Diven. Also man muss sagen, auf jeder Feierlichkeit fängt Katakarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkarkark ist für sie der wahre Spaß und manchmal filmt sie dann auch dabei und zwar nicht, um sich an Stage-Dive zu hören, sondern sie filmt dann auch heimlich, wie die Leute überfordert sind, damit anzupacken, damit sie nicht hinfällt und wie Leute so von nah und fern gezwungen sind, ob der Situation das ist wie so ein Hilfe-Leistens-Moment anzupacken. Ja, aber bevor es hier ein Missverständnis gibt, sie macht dieses Stage-Diven jetzt halt nicht auf irgendeinem Konzert, sondern da reichen fünf Leute stehen irgendwie an einem Stehtisch so irgendwo rum und dann wird sie da Stage-Diven und da reichen zwei Leute, dann kommen noch andere hin und drumherum bildet sich eine Traube, die sehr verwundert ist. Ich habe das vor kurzem noch gesehen, war ich auch sehr verwundert, wo ich dann dachte, ah ja, jetzt haben wir offenbar hier den Ablauf durcheinander bekommen, wahrscheinlich einfach in der Dispo den sechsten mit dem zweiten Zettel vertauscht und dann wird also jetzt gestaget. Es gibt auch, ich möchte auch eine Meldung beisteuern, die ich als mehr eine Idee, die ich ganz fantastisch finde. Es gibt den Laden, der heißt Sephora oder Sephora. Ich weiß nicht genau, ob sie verkaufen, ich glaube so Parfum und welche Tiegel. Wo gibt es den Laden? Den gibt es vermehrt in Großbritannien, aber ich glaube auch in Amerika. Das spielt aber gar nicht so eine Rolle, sondern es geht um eine Erfindung, die die gemacht haben für die Kunden. Und zwar bieten die zweierlei Einkaufskörbe an, einen schwarzen und einen roten. Und an der Ausgabestelle der Körbe ist eine Überschrift und wenn man den schwarzen Korb nimmt, dann steht da, ich brauche keine Hilfe. Ich möchte im Laden nicht angesprochen werden vom Verkäufer oder Verkäuferin. Ich möchte hier, ich habe einen Shoppingplan für mich gefasst, ich brauche keine Beratung, ich habe es im Internet schon selber gegoogelt, leave me alone. Und der andere Korb bringt zum Ausdruck, der ist rot, hallihallo, ich bin ein offener, weltoffener Typ, ich komme gerne ins Gespräch, ich plaudere gern, ich liebe Beratungen von Wildfremden, die ich gar nicht kenne, die weniger Ahnung von Produktnamen haben als ich. Bitte sprechen Sie mich gerne an und lassen Sie mich nicht mehr aus Ihren Fängen, bis ich hier irgendeinen Scheißdreck gekauft habe. Das sagt der rote Korb. Bisschen höflicher formuliert, selbstverständlich, aber das ist der. Und wir wissen, alle drei würden nur den schwarzen Korb nehmen. Es ist die genialste Erfindung, die ich... Es ist die genialste, darauf will ich hinaus. Ich würde nicht den schwarzen nehmen. W bitte, Klaas-Holfer-Umlauf. Ich würde also A... Bist du ein beratungsfreundlicher Typ? Manchmal. Und ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich weiß schon alles. Was wollen Sie mir denn noch erzählen? Also ich bin weiterhin offen für die Wunder dieser Welt und auch für das Wissen der vielen. Und warum sollte ich denn praktisch die ganze Welt da begrenzen, wo mein Horizont aufhört? Ich hatte original noch nie eine Frage in einem Geschäft, die darüber hinausgeht, zu fragen, wo steht das denn? Ja, wo steht das denn? Das ist das Maximale, was ich mir an Kundendienst erwarte. Das Allerwitzigste, was ich mal hatte, war, was habe ich denn da gekauft? Ich glaube, einen Blu-Ray-Player habe ich mir da mal gekauft. Das ist schon ein bisschen her. Und da bin ich... Das ist wohl wirklich ein bisschen her. Das fand ich aber so witzig. Und da bin ich also froh drum. Manchmal mag ich ja diese Situation, in der man sich dann wiederfindet. Und dann war ich in Brandenburg an so einem Autobahnelektronikfachmarkt. Tanke oder was? Ja, also eine Art Roadside Attraction, wo in Amerika nochmal so ein abgehungerter Tiger gezeigt wird. Da ist ja hier in Deutschland immer so eine Art Center. Da gibt es einen McDonalds. Einen Outlet. Einen Puff, einen Erotikladen oder was, irgendwelche Wichskabinen. Daneben ist Cinemax. Und dann soll man da sein ganzes Leben verbringen. So ist das ja aufgebaut. Aber wichtig, nicht verwechseln, die Fernsehabteilung von der Wichsabteilung. Da kann schon schlimme Missgeschichte drohen. Ja, genau. Da muss man genau gucken, wo klebt es. Und dann bin ich da also in diesen Dings rein und wollte halt wissen, weil, guck mal, was soll ein Blu-Ray-Player? Der soll die scheiß Blu-Rays abspielen und ansonsten wenig kosten. So, weil ich hab ja nichts davon, wenn der teuer ist. Oder würdest du das jetzt als Technikmann anders sagen, außer dass er heilen soll? Man muss sich jetzt erstmal in Technikwissen von vor 10 Jahren wieder zurückdenken. Ja, ja, aber guck mal, Blu-Ray hat ja eine Grundqualität und ich will einfach, ich wollte einen Blu-Ray-Player, der an so einen Fernseher angeschlossen werden kann, der soll die Blu-Ray abspielen. Dann will ich mir die Blu-Ray über den Fernseher, den ich ja schon hatte, betrachten, welche angucken und dann mach ich wieder aus. So, hat er irgendetwas mehr zu tun als das? Und wenn er das in... Falsche Musik. Das will ich wohl meinen. Erzähl weiter, deine Blu-Ray-Scheiße. Nein, ich hab eine Fachfrage. Ich kann nicht da mal was fragen. Als 4K Blu-Ray-Player hab ich bestimmt drei Wochen nach dem richtigen HDMI-Kabel gegoogelt. Und du kommst mir und laberst da irgendeine Scheiße, dass Blu-Ray kann man an der Tanke kaufen da und gleichzeitig musst du ja nur abspielen. Und vor allem bin ich jetzt noch gespannt. Was hat das mit dem Verkäufer zu tun? Was hast du denen dann gefragt? Wo ist der Billigste? Hast du das Preisschild nicht gefunden oder was? So, erzähl. Nee, ich will ja gar nicht, ich will ja rein in diesen Markt da und dann machen wir die traurige Musik. Für mich war das nicht traurig. Für mich ist das sehr traurig. Ja, aber für die Zuschauer, das wird hier falsch geframed, weil ich hatte Spaß. Und ganz ehrlich, das kann es auch jedem nur empfehlen. Ich geh da doch nicht rum und geh erstmal ein bisschen flanieren durch den Markt und guck, wie die das hier sortiert haben. Ist mir doch egal. Ich geh rein, schnapp mir den ersten mit Namensschild, sag, wo steht dies, wo ist das? Was ist hier der Beste, der wenig kostet? Und dann sollen die mir das sagen. So, also wofür sind die, das machen die doch auch gerne. Die kennen sich doch auch aus. Aber das ist ja auch so. HDMI-Kabel, erklär mir bitte wirklich mal. Und das ohne, dass du jetzt so auf mich losgehst oder hier so rummännerst. Erzähl mir doch mal, wenn ein Blu-Ray-Player, der hat ja die Aufgabe, Blu-Rays abzuspielen. Die Frage ist schon dumm gestellt, muss ich wirklich sagen. So, was kann der denn besser oder schlechter? Es ist doch kein mechanisches Gerät. Es ist doch kein mechanisches Gerät. Es ist doch ein Gerät, was sich durchaus durch elektronische Sachen unterscheiden kann. Du tust, als wäre es irgendwie so eine Briefmarkenpresse oder sowas. Aber wenn eine Blu-Ray... Das ist, was mich schon provoziert. Du tust, als wärst du ein Hammer. Und du sagst, was soll denn ein Hammer? Der soll den Nagel in die Wand. Stimmt ja gar nicht. Man will da mit einem schweren Gericht draufhauen. Das ist ja ein völlig falsches Bild. Es gibt einen ganz kleinen Hammer für kleine Nägel. Es gibt einen Riesenhammer. Es gibt einen Gummihammer. Es gibt einen Vorschlaghammer. Aber es gibt einen Blu-Ray-Player. Was soll der? Der soll eine Blu-Ray abspielen. Wenn er das kann, bin ich doch zufrieden oder nicht. Klar, es kann der HDR. Kann der Dolby wischen. Kann der Upscaling. Und welchen Grad des Upscalings? Macht der das besonders mürfte oder macht der das irgendwie rau? Scheiße. Mit einem schlechten Prozessor. Also, was nämlich der Verkäufer dann gesagt hat. Und passt das HDMI-Kabel dazu? Da hast du am Ende einen teuren Player gekauft. Mit all dem, was wir gesagt haben. Upscaling und HDR und bla bla bla. Ich kann ja mal kurz zum Ende der Geschichte kurz springen und dann den Mittelteil nochmal erzählen. Irgendwann war ich zu Hause, hatte einen Blu-Ray-Player mit einem passenden Kabel und konnte Blu-Rays abspielen. War ich super happy. So. Also, das hat alles gut geklappt in meinem Sinne. Ich war so, ey, ich hab jetzt einen Blu-Ray-Player. Guck mal hier. Play. Los geht's. War gut. Aber. Der läuft bis heute, nehme ich an. Ich bin dann erstmal da hingegangen und hab dann gesagt, ja, ich wollte hier einen Blu-Ray-Player und wie sieht's denn da aus? Und dann hat er angefangen mit den verschiedenen Nationalitäten, die also diese technischen Geräte entwickeln, hat er also praktisch nicht über die Firmen gesprochen und wie die Firmen heißen, sondern er hat immer über die Nationalitäten und die einzelnen Vor- und Nachteile der Nationalitäten. Der Koreaner. Der Koreaner hat hier was ganz Tolles entwickelt. Ja, genau. Also, das ist, glaube ich, Samsung, ne? Dann sagt er, also, der Koreaner hat hier ein ganz tolles Gerät, wobei hingegen der Chinese hier vorne auch nicht schlecht war, aber ganz toll, auch sehr selten, ist das, was der Franzose hier auf den Markt gebracht hat. Und da hast du wirklich das Gefühl, du bist wie auf so einer Art Foodmarkt, ja? Und überall steht da so, wirklich so ein Typ mit einem geringen T-Shirt und einem Baguette unter dem Arm und sagt, hier, das hab ich übrigens entwickelt, ja. Und das war wirklich witzig, wie der so in einer totalen Überzeugung davon spricht, also, da hat der Chinese die Nase vorn, hier hat der Koreaner aber echt noch einen guten Einfall gehabt und hier muss ich sagen, kommt der Französe ein bisschen günstig, aber praktisch daher. Das war nicht witzig. Und das hätte ich nie erlebt, wenn ich jetzt kein Beratungsgespräch gehabt hätte. Aber ich glaube, die meisten Beratungsgespräche sind einfach enttäuschend, gerade für uns, also, Schmidt, für uns gehört es ja zum Kaufprozess, dass wir uns in das Thema massiv reinlernen. Das ist das Schönste daran. Das ist das Schönste daran, herauszufinden, was das Beste ist. Und dann weiß man praktisch durch diese Recherche schon wahrscheinlich dreimal so viel wie der Verkäufer. Weil der Verkäufer will ja auch noch dann den Mist verkaufen, den er gerade verkaufen soll und so. Oder der gerade da ist. Exakt. Und deswegen wird man da immer nur Enttäuschung erleben, wenn man wirklich auf die Beratung angeht. Also, ich erlebe nie Enttäuschung, weil ich auch mir da... Weil du keinen Schimmer hast. Nee, weil ich mir ganz an ein Mindset reingehe. Nee, bei dir ist es egal auch. Nein, weißt du, was ich früher geliebt habe, jetzt unabhängig mal davon, dass ihr irgendwie, das glaube ich euch ja auch mehr Ahnung habt dann von den Sachen. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ihr habt bessere Sachen dann für weniger Geld oder so. Ist ja alles gut. Aber es gibt noch eine zweite Komponente in diesem ganzen Thema. Früher zum Beispiel bin ich in Oldenburg zum Hauptbahnhof gefahren und dann bin ich zum Schalter gegangen. Da saß da eine Frau, immer dieselbe. und da habe ich gesagt, ich möchte gerne eine Fahrkarte kaufen nach Köln. Und dann hat die gesagt, ja, okay, wo wollen Sie... Moment, warte mal. Es ist gerade Zweiter Weltkrieg und bitte ziehen Sie sich warm an, falls Sie Front näher kommen. Nein, die hat einfach nur gesagt, wo wollen Sie denn umsteigen, ist denn alles in Ordnung. Mittlerweile mache ich die komplette Arbeit der Deutschen Bahn selber. Ich gehe da rein, muss eine halbe Stunde lang selber die Software bedienen, die früher Sie bedient hat, muss alles alleine machen, muss auch alles kennen, stehe da eine halbe Stunde da und mache einfach deren Arbeit und währenddessen wird es teuer. Ich bin jetzt niemand, der sich darüber beschwert, dass irgendwelche Fahrtickets teurer werden oder so, aber ich kann Leute verstehen, die darauf angewiesen sind, an Dauer mit der Bahn fahren, dass die sagen, was soll die Scheiße, dass man zum einen mehr bezahlt und zum anderen die ganze Arbeit selber machen muss. Und dann haben die irgendwann bei Ikea angefangen, selbst Scannkassen zu machen. Da dachte ich, jetzt piept der wohl im wahrsten Sinne des Wortes. Weil ich will doch nicht irgendwo hingehen und selber alles, Alter, es ist doch gut, dass es der Job von jemandem ist, dann redet mal kurz, was machen die Kinder, alles in Ordnung, wunderbar, haben sie noch einen schönen Tag, wollen sie einen Zettel, nein danke, tschüss, dankeschön. Aber weißt du, dass der Witz noch an der Selbstscanner-Kasse ist bei Ikea, dass es extra einen... Da steht einer daneben, der kontrolliert, ob man die Scheiße hat. Nein, genau, da steht einer daneben, der einen die ganze Zeit des Diebstahls verdächtigt. Anstatt einen Net durch den Kaufprozess zu geleiten, haben die einen Mitarbeiter ausgebildet, andere des Diebstahls zu bezeichnen, weil er die Kassen nutzt, die sie selber dafür vorbereitet haben. Es ist worst of every world. Es ist einfach nur, dass, genau, das ist das Ding, wenn ich klauen will, kann ich doch einfach so klauen. Ich kann doch auch an einer normalen Kasse klauen, die ganze Zeit, genau, unter so einen Generalverdacht stellen, dass ich praktisch durch die Loopholes der Selbstscanner-Kasse jetzt hier Gelegenheit macht, liebe, da stecke ich mir dann mal die ein oder andere Vase ein. Aber ich muss auch sagen, ich war in so einer Selbstscanner-Kasse auch das erste Mal und genau wie ihr es beschrieben habt, sofort kam jemand und hat mich nur angebrüllt. Weil man muss das irgendwie, die Ware, die man gescannt hat, die muss man dann irgendwo auf so eine, ich glaube, das ist auch eine Waage, nochmal drauflegen. Das ist auch so, ja. Ich habe die aber irgendwo daneben schon verstaut, kam der an, hat mich da zusammengebrüllt und ich muss ja jetzt nochmal und dann diesen das. Und das Ende vom Lied war, ich habe wirklich Sachen geklaut, aber aus Versehen. Also zum einen, weil entweder hat der Scanner nicht funktioniert, dann habe ich geguckt, wo ist der Aufpasser, dann habe ich so in die Tüte reingeworfen. Schmidt, du bist gerade wie der Fahrschüler. Das hören hier Leute. Vor der nächsten Aufnahme steht die Polizei vor der Tür. Das kann ich nicht sagen. Bei Ikea. Ich habe nicht geklaut. Bei Ikea. Nein, nicht bei Ikea. Wo denn sonst? Ich habe nicht geklaut, die Technik war nur noch nicht ausgereift, die sie angeboten haben. Aber warum hast du denn das dann in deine Tüte gemacht? Wenn du offensichtlich gemerkt hast, es wurde hier gar nicht erfasst, der Vorgang, dann tut man es auch nicht in die Tüte und sagt man, hallo Herrschaften, ich kann diesen Artikel nicht bezahlen, ich möchte keinen Diebstahl begehen, sondern da guckt man auch nicht, wo ist der Wachtmeister, der hat mich schon dreimal angebrüllt. Also Selbstjustiz oder was? Achso, und ich habe die Ware, die ich da hatte, die habe ich dringend gebraucht. Die konnte ich jetzt also nicht einfach da lieben lassen. Lass dich tot über dem Mann, der mit dem Auto zur Führerscheinbrühe kommt und erzählt im Podcast vor Hörern, dass er hier bei Ikea klaut. Ich klau dich bei Ikea. Ich will dir nur mal sagen, der war ungefähr so eine Zwiebel und eine Karotte und so. Achso, es war nicht teuer genug oder was? Das erzähle ich dem Bundeskanzler. Das erzählen wir dem Bundeskanzler. Dass du klaust bei Ikea. Wehe, du hältst ihm deine Klauflosse hin, Schmitty. Du darfst den Bundeskanzler nicht begrüßen mit deiner sudeligen Klauflosse. Es war kein Klauen, es war ein Missverständnis an der Kasse. Olaf Scholz, tief drin im Sumpf. Ich war überfordert von der neuen Technik. Neuland war das für mich. Und dann ging die Zwiebel halt so mit. Und wie war das, als du die Artikel dann zurückgegeben hast? Jetzt will er so tun, als wäre es nur ein Supermarkt gewesen. Zwiebel. Die Zwiebel hat er gekauft. Die Meilkommode. Einfach mal so in Tüte gewandert. Genau. Die sechs Pakete. Komischerweise den Strichkorn nicht erfasst. Ach, das muss piepen. Ach, das muss man bezahlen. Naja, aber was ich sagen möchte ist, dass wir natürlich alle nicht enden wollen in einer Welt, in der wir alles selber... Das muss man demnächst... Doch. Bei McDonalds soll ich dann auch hier meine Pommes selber frittieren? Ist doch schon so. Ist doch schon fast. Ja, aber soll ich da reingehen und noch den Burger selber zusammenbauen da im Hintergrund? Nee, das will ich nicht. Kriegt man dann da vorne so Handschuhe? Aber es ist ja schon so. Vielleicht können wir das auch anbieten und die HörerInnen sollen ihren Podcast selbst einsprechen. Ganz ehrlich. Ach so, wir bieten nur Worte nur noch an. Nee, gar nicht. Nur die Hülle. Man kommt sich vor wie nach so einer Apokalypse, wo man ist wie Will Smith so als Letzter auf der Erde und halt alles selber machen muss. Es ist alles noch da, aber es hilft einem keiner mehr. Aber Klaas, ich möchte, dass wir jetzt, also weil es ging ja alles aus von diesen Sephora-Körben, ne? Und ich finde, man muss schon mal definieren und dafür ist dieser Podcast auch die richtige Plattform, wo erwartet man Hilfe beim Einkaufsprozess und wo nicht? Und ich glaube, es ist mittlerweile so, man braucht nirgendwo Hilfe. Zum Beispiel, wenn du Klamotten kaufst und du machst das noch im Laden, hat jemand von euch schon mal etwas gekauft, eine Klamotte, aufgrund dessen, dass der Verkäufer, die Verkäuferin gesagt hat, vor drei Wochen, dass der gesagt hat, das steht ihnen aber ausgezeichnet. Und da habt ihr gesagt, ja, fremder Mensch, der mich überhaupt gar nicht kennt, gar nicht weiß, wie ich gerne aussehen will, aufgrund ihrer komplett fremden, unbeteiligten Meinung, die sie ja auch nur die Scheiße ihr verkaufen wollen, kaufe ich jetzt etwas. Dieses Hemd hast du so gekauft. Dieses Hemd habe ich. Weil ein fremder Mensch gesagt, bist du so lobabhängig, dass jemand Fremdes sagt, das steht ja ihm fantastisch. Ein Framing, dem ich mich nicht ergeben werde, das war einfach eine tolle Beratung. Wie, aber es geht doch nur um Geschmack. Worin liegt denn die Beratung? Ich kenne doch nicht das ganze Sortiment, ganz ehrlich, ich habe gar keinen Bock, wie ihr, das ganze Sortiment von irgendeinem Laden vorher auswendig zu lernen, bevor ich da reingehe. Aber sag mal, du bist doch nicht nackt im Laden, hast gesagt, ich brauche was hier für den Oberkörper und dann haben die ein Hemd rausgenommen und das hast du dann gekauft. Ruhig. Also ich kann es gar nicht glauben. Du bist vom ersten in den dritten Gang geschaltet hier. Kannst du nicht glauben? Aber hör doch mal zu. Also ich bin da reingegangen und habe mir so ein paar Sachen ausgesucht, habe gesagt, das finde ich schön, das gefällt mir auch, das gefällt mir auch. Habe ich das so angezogen und dachte, oh guck mal, sieht super aus. Und dann hat die Verkäuferin gesagt, so ein ähnliches Hemd haben wir auch noch, nur ein bisschen dunkler, hat einen ähnlichen Schnitt von einer anderen Marke, aber könnte dir auch gefallen, wenn du das magst, was du da gerade schon anhast. Habe ich gesagt, ja bring doch mal vorbei. Weil ich weiß ja gar nicht, wo es hängt hier in dem Laden. Ich arbeite hier ja gar nicht. Ich war auch lang nicht mehr in Oldenburg und so. Und dann hat die gesagt, warte mal eben. Und dann hat sie noch zu mir gesagt, jetzt guck dir mal genau das Material an, das ist sowas, das kann nicht jeder haben auf der Haut. Fass mal an. Das ist so ein bisschen rau, ne? Ja, das ist so ein bisschen rau. Filzig. So filzig. Und manchmal ist es so ein bisschen unangenehm an den Armen. Kannst du sowas haben an der Haut? Ja, ich hab das dann anprobiert und dann dachte ich mir, ach, das kann ich wohl haben. Tu mal da auf den Haufen. Und so wurde ich praktisch auf eine ganz nette Art, das ist eigentlich im Prinzip... Der Mann ist vom anderen Stern. Nein, die hat das gemacht wie Amazon. Die hat gesagt, ah, du interessierst dich hierfür, dann könntest du dich ja vielleicht auch dafür interessieren. Warum soll man nicht offen sein für sowas? Was glaubt ihr denn? Ihr wollt da einfach reingehen, ihr wollt alles selber scannen, ihr wollt alles... Nee, als ich 2017 in New York war, da gab es schon so einen Amazon-Laden, wo du wirklich nur, du packst alles in den Wagen und dann gehst du raus. Du musst gar nichts tun. Du musst das nur grapschen und in einer Tüte rausgehen und dann bezahlst du alles automatisch, weil alles erfasst wird durch Computer. Oh. Herrlich. Mir geht es immer mit Verkäufern, ja. Also manchmal ist man ja in so einer Situation, wo man klar lügen würde, wenn man sagt, also wenn man gefragt wird und man sagt dann, nee, ich brauch keine Hilfe. Weil es so offensichtlich ist, dass man gerade Hilfe braucht. Weil man zum Beispiel in den Jeans kramt und man sucht definitiv eine bestimmte Größe und man hat schon 18 Jeans da aus dem Regal genommen und so und dann kommt jemand, brauchen sie Hilfe und dann zu sagen, nö, nö, ich guck nur, die sagen nur, dass sie dir Hilfe anbieten. Die wollen nicht, dass du alles durcheinander machst. Das ist doch klar. Die verbringen doch die Hälfte des Tages damit, so Idioten wie dir hinterherzuräumen und alles wieder einzuräumen, weil du nicht weißt, wo 32, 32 liegt. Ja, ist doch alles gut. Die weiß das aber. Die sagt dann, hier liegt das, da musst du nicht 30 Hosen auseinanderfallen. Hier geht so was anderes. Die möchte doch den Menschen nicht an der Backe haben, wenn er dann sagen muss, die hat nicht gepasst. Man will niemandem sagen, die Jeans hat nicht gepasst. Geh weg, Man schleicht sich in die Umkleide und dann ganz beschämt und hofft, dass niemand gesehen hat, dass man die Jeans überhaupt ausgewählt hat, legt man sie wieder zurück. Ihr seid so zwangsgesteuert. Nein, und das Ding ist, manchmal lasse ich mich darauf ein. Also wenn ich in so einer Situation bin, wo es offensichtlich ist, dass ich Hilfe brauche, dann sage ich, ja, ich suche halt eine Hose oder was weiß ich. Und das kam schon manchmal vor. Und jedes Mal bereut man es, wenn man zu Hause war, weil man sich sowas aufgeschwatzt hat und das wird nie angezogen. Garantiert nie. Was, wenn du jetzt von deinem Fahrrad fällst? Du brichst dir kompliziert zweimal das Bein und auch dein Arm hängt so zickzack auf dem Rücken. Hatte ich keine Zeit zu googeln. Und dann kommt der Notarzt, da brauchen Sie Hilfe. Nein, nein. Ich mach das schon. Nee, das ist ja, wenn ich jetzt sechs Wochen Zeit hätte, mal die Verletzung zu googeln. Ich heile hier ein bisschen. Tschüss. Ich brauch keine Hilfe. Machen Sie mal, gehen Sie mal zu Leuten, die keine Ahnung haben von sich verletzen. Das ist ja Hanebüßen. Hanebüßen. Naja, aber ich glaube wirklich, also wenn ich euch einen Tipp geben dürfte, ja, weil, und wir haben irgendwann diesen Podcast auch mal angefangen, um uns besser kennenzulernen, vielleicht können wir uns auch gegenseitig hier und dann korrektiv sein. Ihr habt bestimmt ganz viele Sachen, die ihr mir beibringen müsst. Und ich bin offen und möchte lernen von euch. Ich möchte ein besserer Mensch werden durch eure Vorteile. Davon möchte ich profitieren und besser mich optimieren. Und eure Nachteile, da möchte ich ran. Ja, und euch helfen. So ist das doch gut. So sind wir praktisch eine Optimierungsgemeinschaft. Das ist ein richtiges Verkäuferfutter. Dir kann man alles andrehen. Nee, warte doch jetzt mal. Wir sind eine Optimierungsgemeinschaft hier. Wir wollen es gegenseitig besser machen, oder? Ichmachdichbesser.com Drück mal drauf. Ja. Ich möchte, dass ihr rauskommt aus eurer Einsamkeit und aus euren wirklich, und jetzt einfach mal nicht dazwischen reden, aus euren zwangsgesteuerten Verhaltensweisen. Denn ihr seid komische Einkaufsklemmis, die gepaart mit einer sonderlichen Kombination aus Überheblichkeit und Unsicherheit, mit der geht ihr nämlich da rein. Nichts zu tun. Natürlich. Doch, ihr wisst ja alles besser. Und dieser Idiot von Verkäufer, der den ganzen Tag nichts anderes macht, der will ja nur seine Scheiße loswerden. Und der weiß ja gar nichts über die Sachen, die er da verkauft oder so. Woher soll er das auch wissen? Ist ja nur acht Stunden am Tag seinen Job. Aber klar, weiß der natürlich nichts. Der weiß, hat noch nie gehört, was ein HDMI-Kabel ist. Der weiß ein Blu-Ray-Player. Der hat nichts. Also der kennt auch mit eurem ganzen, was ihr da kauft, das kennt der alles gar nicht. Das ist irgend so eine verrückte Oma, die da Geld verdienen will. Und wenn ihr bereit seid, ich bin noch nicht fertig mit meinem Vortrag. Ich habe gesagt, einmal nein, jetzt bin ich noch kurz dran. So, und ich möchte gerne, dass ihr bereit seid, euer übermenschliches Wissen, über Produkte, die ihr euch schon reingegoogelt habt, dass ihr trotzdem bereit seid, mit Menschen in Kontakt zu treten und den Service einer Gesellschaft nutzt. Warum? Ihr nutzt den Service nicht. Das ist, als wenn ihr im Fünf-Sterne-Hotel seid und dann immer runter geht zur Rezeption und sagt, kann ich noch eine Cola haben? So macht man das nicht. Sondern es gibt ein gewisses Angebot, auch in Deutschland in der Gesellschaft. Nutzt dieses Angebot und lasst euch in die Hängematte der Beratung fallen. Was du da nicht einkalkulierst, dadurch, dass Lund und ich uns einen kaputt googeln, bevor wir irgendwie einen Fernseher kaufen, dann gehen wir vielleicht in das Geschäft, weil wir auch den Einzelhandel unterstützen wollen, weil man vielleicht denkt, die haben vielleicht das Modell. Dann kommt jemand, und ich will es gar nicht, ich sage nur die Fakten, man weiß genau, was man will und was die Vorteile an dem Fernseher sind und was die Nachteile an denen, die daneben stehen. Jetzt war der Fernseher mal weg, dann machst du recht. Nein, aber da kommt er an und der erzählt dir einen vom Pferd, weil er einfach auch gewohnt ist, dass Typen wie du, die null Ahnung haben, einfach immer vor ihm stehen. Ja, der man alles anbringen kann. Und der erzählt eine Scheiße und du kriegst am Ende ein Modell, das schon seit drei Jahren Auslaufmodell ist. Weil die das ja losstellen müssen. Für den doppelten Preis. So, das ist nämlich der andere Fakt. Du bist blauäugig, du bist naiv. Aber soll ich nochmal was sagen? Da haben wir alles sehr gut erkannt. Dein Fernseher ist der letzte Dreck, Klaas. Du hast einen richtigen Scheiß-Fernseher. Du hast neulich sogar gefragt, da hast du sogar selber Zweifel gehabt, ob das überhaupt noch ein Fernseher ist oder ob du auf ein Bild guckst. Über welchen sprichst du? Bei dir zu Hause. Da hast du selber gesagt, dass der beschissen ist und dass man da auch nichts hört. Nein, genau. Der ist, also ich sag dir, was es ist. Es ist eigentlich ein schöner Fernseher, der gefällt mir immer noch sehr gut und ich kann auch sehr gut diese Männchen und diese Leute darauf erkennen, die da diese Sachen einem davor spielen. In den Serien, in den Filmen und so. Es kann immer sehr gut der Handlung folgen. Also es ist schon, im Sinne der Idee eines Fernsehers funktioniert das schon. Ich kriege mit, was in der Welt passiert. Nachrichten werden wir in die Wohnung übertragen. Also ich kann da überall zuhören. Also es ist alles toll, ja? Der Bildschirm von deinem Telefon ist besser als deinem Fernseher. Ja, das ist ja auch sehr gute Technik. Das ist ja klar. Das ist ja nun wirklich sehr gute Technik. Das kann man ja wohl nicht mit normaler Technik vergleichen, die einem im Alltag entgegenkommt. Aber ich muss sagen, dass mein Fernseher, auch aus einem, da hat der Koreaner auch ganze Arbeit geleistet. Und ich sage nur, man könnte es praktisch mit einem zusätzlichen Device, könnte ich meinen Fernseher noch ein bisschen erweitern, indem ich da noch so eine, auch mit so einer koreanischen Soundbar, könnte ich praktisch, also es noch besser machen, gegen Optimierung. Das ist ja wohl etwas, das wird mir wohl nicht verwehrt bleiben. Ich als Technikaufwand. dass ich einfach zufrieden bin mit allem, was ich habe und dass ich bezahle einfach immer 100 Euro mehr als ihr, aber dafür muss ich nicht vorher vier Tage lang zu einem echt schlechten Stundenlohn mir selber meine Infos zusammengoogeln. Also ich glaube, die Rechnung geht am Ende auf. Ich werde doch nicht hier mal zum Teilzeit-Mediamarkt-Mitarbeiter, damit ich da, ganz ehrlich, das muss man mal von dem Kaufpreis, wie lange ich dann da sitzen soll, das muss man mal runterrechnen. Da lohnt es sich einfach, das Teuerste zu nehmen. Das ist alles so geisteskrank. Kannst du eigentlich glauben. Und das Teuerste ist oft das Beste. Ist doch klar. Das wird da so nicht so viel Kohle passen. Heißt die Folge so, das Teuerste ist oft das Beste? Ja. In Anführungsstrichen. Oft. Oft. Meistens ist das so. Mir ist was super Peinliches passiert und ich erzähle das, obwohl ich mich beim Erzählen noch mal jetzt schämen werde. Und es ist auch so, dass ich extra heute Morgen ganz viel Deo drauf gemacht habe, weil ich wusste, ich werde es jetzt gestehen, was wieder passiert ist und weil ich vermutlich dann noch mal vor Scham noch mal mein T-Shirt durchschwitzen werde. Ich bin mit dem Auto unterwegs gewesen, mit meinem Sportwagen. Und dann ist, das habe ich gesehen, ein älterer Herr wollte die Spur wechseln und hat nicht gesehen, dass ich praktisch auf seiner Höhe war. Deswegen habe ich die Hupe antippen wollen, um zu sagen, Achtung, kurzer Blick in den Rückspiegel, hier bin ich noch. Das ist ja was, was passiert in der Großstadt hundertfach. Und ich tippe so auf die Hupe und die Hupe hat sich in dem Moment verhakt. Das ist kein Witz. Und die Hupe hat dann nicht mehr aufgehört zu hupen. Die hat sich verklemmt, die Hupe. Und dann habe ich wie wild rumgefuchtet am Lenkrad, bin dann an die Lichthupe gekommen. Das hat weiter gehupt, weil der Herr ist auch einfach vor mich gefahren. Das heißt, ich habe den ultralaut in einer Aggression angehupt aus seiner Perspektive und dann habe ich angefangen, aufs Lenkrad zu schlagen, damit sich die Hupe wieder löst, weil die war eingedrückt. Die ist nicht wieder rausgeploppt. Das heißt, in seiner Sicht hat jemand Lichthupe gemacht, laut gehupt, vor Wut schäumend aufs Lenkrad geschlagen und in Wirklichkeit wollte ich nur diese Hupe rausziehen und sie ging nicht raus und es hat wirklich über Minuten gehupt. Die Ampel wurde rot. Ich habe den angehupt. Die ganze Zeit, es hat nicht aufgehört und ich habe mich so geschämt und ich habe dann so rumgefuchtet, aber ich wollte entschuldigende Gesten mit den Armen machen, aber es wirkt, glaube ich, als würde ich ihn verfluchen. Also die Strafe, die ich praktisch dort selber ausgesprochen habe, gegen das Vergehen stand in keinerlei Verhältnis und dann war es so, weil ich wirklich auch überfordert war, dann habe ich irgendwann da so doll draufgeschlagen, dass die Hupe wieder rausgeploppt ist und aufgehört hat zu hupen. Dann war ich rechts neben dem Herrn, weil er wollte dann links abbiegen. Dann habe ich noch mal dem das Zeichen gegeben, das Fenster runterzumachen und ich habe auch meins, weil ich wollte ihm das erklären. Damit du ihn noch mal anschreien kannst. Ja, ich wollte ihm das erklären, sagen, die Hupe, es tut mir leid und dann hat er so verängstigt geguckt, dieser arme Hans Maulwurf in seinem Kastenwagen, weil er dachte, dieser verrückte Lunatik, der will mich jetzt auch noch mal anschreien. Also original habe ich in diesem Moment die gesamte Klaviatur des Straßenverkehrs abgerufen. Hupen, Lichthupe, wild gestikulieren, schimpfen und dann noch Fenster runter machen, damit man jemanden auch persönlich anschreien kann. Und das alles wegen der Hupe. Und jetzt ist mein Problem, ich kann jetzt diese Hupe nicht mehr betätigen, weil dieses Ungemacht kann jederzeit wieder drohen. Ich glaube, du hast aber auch dein Kontingent an Hupen auch mal aufgebracht für dieses Jahr. Was mache ich jetzt? Weil ich muss doch jetzt noch einmal testen, ob das Problem wieder auftaucht. Ich mache dir so eine Tröte dran. An den Außenspiegel links mache ich dir so eine Tröte, wo du hinten draufdrücken kannst. Und dann musst du halt immer das Fenster runterlassen und dann weiß man, hier kommt der Lund. Nein, das Problem ist, ich muss ja jetzt noch einmal gucken, ob das ein einmaliges Problem war oder ob es wieder droht. Und jetzt ist mir aufgefallen, ich kann nirgendwo die Hupe mal testen, weil wenn ich das im Parkhaus vom Büro mache, denken die Leute, ich bin irre, wenn es wieder passiert. Wenn ich es zu Hause mache, ist die ganze Straße wach. Wo kann ich jetzt noch einmal die Hupe testen, ob das ein einmaliges Problem war? Du kannst noch mal draufhauen und guck nur, dass du noch eine Baseballkeule vielleicht auf dem Nebensitz hast, mit der du fruchteln kannst. Von mir aus kannst du mal in mein Gästehaus fahren damit. Dann kannst du ein bisschen hupen da. Ansonsten habe ich mir überlegt, ob ich so einen Aufkleber ins Auto mache. Ich bin Fahranfänger. Dann würde man mir das vielleicht entschuldigen. Das könnte sein. Aber ich muss sagen, ich habe auch ein kleines Verkehrserlebnis gehabt. Ich bin losgefahren und dann bin ich aus einer Straße rausgefahren, auf eine größere Straße. Und da waren zwei Spuren. Aber exakt an der Ecke, wo ich praktisch auf die größere Straße fuhr, endete die rechte Spur. Und die verengte sich dann nur noch der linken. Das heißt, was ist da angesagt? Genau, Reißverschussverfahren. So, Reißverschussverfahren heißt, ganz vorne mit eingefädelt werden von den anderen, so entsteht am wenigsten Stau. Ich hätte eh keine Wahl gehabt, weil ich bin ja erst kurz vor der Verengung der Straße, bin ich ja überhaupt erst auf diese Straße abgebogen, konnte das also nicht sehen. Dann stelle ich mich da hin und dann sehe ich, wie ich eigentlich Platz habe, reinfahren müsste und wie dann so drei so junge, freche Burschen sitzen da im Auto und fahren extra vor, damit ich nicht reinkomme. Das ist so eine Frechheit. Dann habe ich das Fenster runtergemacht, dann haben die mich erkannt. Dann haben die auch das Fenster runtergemacht, dann habe ich die angeschrien, habe gesagt, ob die wohl scheiße sind, weil ich ja hier rein muss. Und dann hat er gesagt, nix da, du nimmst mir hier die Vorfahrt. Aber sie haben gelacht, ich habe auch gelacht, das war schon irgendwie lustige Stimmung. Und ich habe gesagt, du alter Affenarsch, lässt mich hier nicht rein. Das ist nämlich genau das Problem. Deswegen entstehen nämlich Staus. Und dann haben wir uns so angeschrien die ganze Zeit. Die waren so damit beschäftigt, dass ich ich bin und dass wir jetzt aber auch noch ein Thema haben, was wir hier klar müssen, wo er einen anderen Standpunkt hatte als ich. Dann habe ich gesagt, jetzt fahr halt vor, aber merkst du das nächste Mal. Und dann ist er vorgefahren, der Nächste hat mich dann reingelassen, da habe ich mich so reingeschoben und so. Gut, damit war die Situation beendet, da hat er mir. Aber danach dann, auf Instagram geschrieben, hat dann gesagt, hallo, ich bin der Typ, dem du die Vorfahrt nehmen wolltest. Falls du mal Tipps brauchst für den Verkehr, schreib mir doch einfach. Dann gebe ich dir immer so mit smiley und witzig so, aber gebe ich dir immer Tipps. Ja genau, schon alles lustig gemeint, aber trotzdem habe ich mir gesagt, Moment, dann habe ich gegoogelt, wie Reißverschlussverfahren funktioniert, habe ihm das zurückgeschickt. Habe gesagt, hier, nur damit wir das mal gekletterten. Befriedigend. Und dann hat er mich immer noch mal öffentlich bloßgestellt, was ich ihm nicht verübeln kann, indem er dann einen Screenshot davon gemacht hat. Und das in seiner Story gepostet hat. Boah, das ist ein Arsch. Was heißt ein Arsch? Das war schon witzig von dem. Dass er halt sagt, falls ihr mal Probleme im Straßenverkehr habt, einfach klar sparen. Er erklärt euch das nochmal. Das ist witzig. Und dann gibt es also ein Foto, wie ich sage, richtig so ein Idiotenfoto, wo man sagt, vorne am Reißverschlussverfahren ist ein grünes Auto, steht so richtig. Und hinten will einer einscheren, da wo ich hätte, in seiner verrückten Verkehrswelt, hätte ich ja wohl da hinten, mich einzuscheren haben. Da stand dann so falsch und so rot durchgekreuzt. Aber das Reißverschlussprinzip ist auch das, wo ich mich am meisten drüber im Straßenverkehr ärgere, weil die Leute das nicht raffen. Und das Problem ist, ich ärgere mich sogar, wenn Leute dann einen in die Lücke lassen, an der Verengung der Fahrbahn, wo man einschert, wie ein Reißverschluss, und dann so ein Gesicht machen, so gern geschehen. Nix da, es ist die Regel! Es ist die Regel! Es ist nicht gern geschehen, es ist das Gesetz. Wenn ich jemanden nicht umbringe, dann nicke ich auch nicht so gern geschehen, sondern es ist das Gesetz, niemanden umzubringen. Ja, sehe ich auch so wie du. Und Reißverschluss ist ja auch so, also wenn der Reißverschluss so ist, wie er den beschrieben hat, ist er kaputt. Exakt, ja. Ja, das ist nämlich dann, wenn so eine Seite oben hängt und die andere Jacke praktisch noch vier Zentimeter weiter tiefer, dann kann man die Jacke wegschmeißen. Ja, und unseren schönen deutschen Autoverkehr auch. Wenn man das will, bitteschön. Aber wir haben ja wohl genug Probleme in diesem Land. Wir können ja mal den Scholz fragen, was der dazu sagt. Soll der mal sagen, ne? Aber wirklich. So. Ich will euch noch eine Sache nur sagen. Mach hin, wir müssen los, wir müssen los da jetzt. Komm, es reicht jetzt. Barbados setzt die Queen als Staatsoberhaupt ab und wird zur Republik. Haben die einfach so entschlossen? Wollte ich euch nur mitgeben. So leicht geht's manchmal. Die haben gesagt, liebe Queen, danke für die Superjahle-Zick, nun ist auch gut, tschüssi, neue Staatsform, ciao. Jetzt hat Rihanna da, hat er übernommen, hat jetzt gesagt, ich mach das jetzt. Ich wollte euch noch mal eine tief traurige Weihnachtsbaum-Story erzählen, aber das ist dann wohl nächste Woche. Du, also für traurige Weihnachtsgeschichten, bist du so, du bist ja unser Edeka-Opa, ne? Wir werden schon zusehen, dass wir dieses Jahr mal irgendwie, dass wir dir mal eine Pastete vorbeischicken. Ja, schauen wir mal. Aber bis dahin, freuen wir uns natürlich auf die traurige Geschichte nächste Woche. Da haben wir wirklich, wir können ja mal in unserem Adventskalender, wenn ihr auch einen zu Hause habt, unseren Adventskalender, da können wir jetzt praktisch bis zum nächsten Mal, dann steht da nicht nur das Geschenk, was wir kriegen an dem jeweiligen Tag, also nächste Woche Donnerstag, sondern da steht dann auch ganz traurige Geschichte von Thomas. Ja, ich kann wirklich sagen, Habe ich auch noch was beizutragen. All das nächste Woche, jetzt muss ich aufs Klo, denn auch wenn ihr das manchmal gar nicht glaubt, auch so eine Sache mache ich ab und zu. Würde man nicht denken, weiß ich nicht. Würde man gar nicht denken. Tschüss, bis dann, danke, Ende. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt. etダ descubastiler. Und das wird alles Kai vor. Und wer lernt, ceks ein, Großge fatal. Logee поним 무κ ist ein ganzes Normale, wie es. richtig� throat, also lockere ich alles zusammen, ettu bis checked. Vielen Dank.